Hey Leute, wir testen jetzt diese Aquamarker vom Teddy. Das ist so ein Hautfarben-Set. Als erstes kommt dieses hellere Hautfarben-Set dran. Und übrigens, ich werde es jetzt nicht mit Wasser probieren, weil, ähm, ja, keine Ahnung eigentlich. Ich habe bloß keinen Bock, Wasser zu holen, aber ich werde es auch irgendwann mal mit Wasser testen. Okay Leute, was mir aufgefallen ist, hier zum Beispiel, das sollte so eine Hautfarbe sein, seht ihr das? Und so sieht halt einfach die Farbe aus. Also die Kappen entsprechen nicht ihrer Farbe, also die Farbe im Stift. Aber man kann damit auf jeden Fall malen, aber wir probieren jetzt noch das andere Pack. Also hier ist genau das gleiche, die Kappe entspricht einfach nicht der Farbe im Stift. Sie sind aber einigermaßen okay. Wollt ihr mal, dass ich ein ganzes Bild mit denen mal? Also, bye bye!